Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Star Wars Outlaws. Hier hinten ist eine Kontaktperson, zu der möchte ich gerne einmal hingehen, um festzustellen. Was wir denn von den Kontakt haben? Wir können hier schnell reisen, das ist super. Ich glaube sie ist es nicht. Hm, können wir verkaufen, dann tun wir das. Auch das können wir bedenkenlos verkaufen. Das auch. Ja, dann weg damit. So, soll hier oben sein. Als wir das letzte Mal hier oben waren, hat das hier gar nicht funktioniert. Hey du, weg hier! Warum? Warum muss ich mich immer um die schwierigen Fälle kümmern? Keine Ahnung, warum die uns nicht mögen. Wir möchten gerne da hoch, aber geht halt nicht. Schade. Nun gut. Hm. Wir hätten hier noch eine andere Mission. Da brauchen wir auch nicht hin, das wird nichts werden. Ruf. Sollten wir da vielleicht warten, bis wir da gut hinter uns haben. Um... Ja, alles ruhig. Hm. Da hast du dich nicht erwischt. Wir gehen mal hier hin. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Ayla Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Äh, ich will nur mit ihr reden. Weißt du was? Wie du willst. Ayla, ihr fragt seine Amateure nach dir. Ernsthaft? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Oh, ähm, ich bin Kay Vess. Ich suche nach neuer Hacking-Tag. Ich hab gehört, du wärst die Beste in der Gegend. Vess, was du nicht sagst. Bring mir ein imperiales Sequenziergerät. Dann reden wir. Oh, sieh mal an. Sie hat Koordinaten geschickt. Du Glückspilz. Hat uns so genickt. So, ähm, bei ihr noch irgendetwas? Wir stehen hier nix. Das kommt nicht so gut an, deswegen lassen wir da von allem was hier rum mit unsere Finger hin. Das machen wir auch nicht kaputt. Ich dachte, hier ist noch was anderes. Ich bin jetzt leicht enttäuscht, denn ich ging davon aus, dass wir hier irgendwas erwerben können. Okay, dann haben wir für heute unsere Mission gefunden. Wir... Okay. Wollen... hier hin? Finde ich hier in der Nähe eine Möglichkeit zu reisen? Hier liegt noch irgendetwas. Hier hinten aber auch was? Wir könnten hier hinten schnell hinreisen, aber lohnt sich das? Weiß ich nicht. Damit wir schnell raus sind, lassen wir schnell zum Schiff und hier haben wir die Möglichkeit... Schnell davon zu reisen. Ah, da steht er schon. So nix. Es geht los. Okay. Okay. Da ist irgendetwas. Was... Ist hier unten drunter? Ah, okay, die... Ist hier noch was anderes? Außer das, was wir bis dato geboren haben? Ja, klar. Oh, komm mit dir. Der ist hartnäckig. Gut. Oh, das war Glück. Leichknapp. Ist hier noch was? Das richtet bestimmt großen Schaden an. Okay. Das krieg ich hin. Ach. Ja. Ich glaube, wir haben es abgeschlossen und ich denke mal, dass hier nicht mehr rumliegt. Demzufolge können wir uns gerne verabschieden. Oh. Hat nix für uns. Die brauchen unbedingt was zum Heilen. Okay, die schießen nur. Oh, war ich gleich erschrocken. Ja, das wird ähnlich sein. Ich sehe aktuell zwei Personen. Okay, es sind drei. Okay, es sind vier. Da hinten ist noch einer. Ich weiß nicht, ob die beiden, also die beiden Köpfe da... Ah, da oben ist auch Eier. Hier tut sich nichts. Ist da noch ein weiterer Kopf? Da oben? Keine Vorkommnisse. Sturmtruppen, wie ist euer Status? Ende. Ich hasse es hier. Hm. Da oben sind zwei. Da kommen wir aber nicht rein. Da müssen wir aber rein. Aus Sektor 5 kommen eine Menge Meldungen rein. Das könnte eine lange Nacht werden. Alles klar. Hier ist alles gut. Guck mich nicht an. Sehr schön. Ich hoffe, dass der alles abkriegt. Ah, der ist zu weit weg. Fühlt sich zumindest so an. Verbrecher und Gesende. Nix. Auf das FASTA. Nein, geh wieder zurück. Ich tue nur meine Flücht. Wieso geht die da stehen jetzt nicht? Ich bin noch auf Posten. Ende. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Das ist das nicht mehr. Du hast es nicht entkommen. Verstanden. Ich bin einfach schon zu lange hier. Lass uns das hochjagen. Verstanden. Halte Wache. Ich werde weiter. Ende. Nein, das ist viel zu weit weg. Was ist das? Was ist das? Okay, wir haben niemanden ausgeschalten. Nur für zwei etwas Aufsehen gesorgt. Den können wir nur angreifen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Zurück auf eure Posten. Da ist nichts. Das schaffen wir. Die sind nicht? Okay, das war ein bisschen doof. Wir sterben gleich. Das ruggelt gerade tierisch. Okay. Jetzt haben wir das gemacht. Und das war, naja, auswaffähig. Deswegen auf ein neues. Das explodieren. Ich dachte, dass da ein bisschen was hoch geht. Aber der wäre nur aller... Ein Sequenzmodulator. Ein Techniker sollte einen haben. Jetzt ist das generell gerade sehr beschissen. Jetzt ist kein Mux. Ich versuche es mal aus der anderen Richtung. Und das... Nervt mich gerade tierisch. Das kann ich aufs Neufe haben. Sieht auch so komisch aus. Nein. Da schmeißt du so eine Granate und es kriegt mal überhaupt gar nichts. Ah, da können wir hoch. Ich weiß nicht, wie weit er hierher läuft. Er macht es auf jeden Fall sehr langsam. Okay, der läuft nicht so weit her. Ich habe in der Schlacht um Skerritt gekämpft. Man weiß erst, was echte Feuerkraft bedeutet, wenn er mit Eigenart gesehen hat. Die neuen Geschütze in der Basis sind ein einziges Ärgernis. Okay, das ist dasselbe hier hinten. Er kommt nicht so weit her. Schnell weg hier. So, ich weiß nicht, ob sie den Wecken... Ich hoffe, dass irgendwann mal in naher Zukunft der Balken mit den Schlafschüssen schneller sich füllt. Denn... Sucht weiter! Was geht da vor? Nix. Jagt das hoch. Lasst es nicht entkommen! Nicht überall nach! Was war das? Es geht los. Oh nein. Du hast hier nichts verloren! Oh! Oh! Okay. So. Oh nein! Ein toter Sturmtrupp. Der ist tot? Achso, stimmt. Wir schlagen die, sind die alle tot. Ich kann die nur angreifen. In die Tasche, Nix. Sehr gut. Wer hat dieses Biest durchgelassen? Lasst uns abrücken! Okay, wir haben... Auch nur stehen? Warum stehen? Ich will es... Ich habe mich noch nicht gemeldet, um dich in der Garnison zu schieben. Du hast keine Erlaubnis, hier zu sein! So. Komm hier! Guck mal nach! Jetzt sind es nicht mehr ganz so vier. Die können wir jetzt alle so... Ich hoffe zumindest nach und nach ganz entspannt einzeln ausschalten. Ich finde das wegen der Umgebung etwas schwierig. Wenn der da hinten nicht wäre, könnten wir diese wunderbar ausschalten. Gehen wir nix. Ayla, ich habe da einen Sequenzmodulator. Wohin damit? Was? Gutes Timing. Ich sende dir meinen Standort. Komm so weit du kannst. Na, ich würde es noch weitermachen, um zu wissen, was sich da hier noch versteckt. Ich finde das... Ah! Aber schön, dass die Ihnen nicht Bescheid gesagt haben und sagen, da ist irgendwas, komm mal ran. Auf den Meter. Das hat die mir alle gar nicht so interessiert. Das finde ich gut. Guck dir in unsere Richtung. Alles nochmal mal. Ach komm, wir gehen weg. Wir machen das später mal. Wir machen das später mal. Zeit zu verschwinden, nix. Wir wollen in die Richtung. Wir wollen in die Richtung. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich brauche eine Ablenkung, nix. Torden sollte diesen Pikes mal zeigen, wer hier das Sagen hat. Schafft das Vieh hier raus! Gut, noch ein Leben. Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Hm, und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirb nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Ich tue mein Bestes. Ich dachte, wir kommen irgendwie hier rauf. Ah, das da hinten könnte funktionieren. Wobei, er ist ein Tick zu hoch. Na toll. Okay. Ganz kurz schauen. Speichern geht nicht. Gut, wir haben zum letzten Mal vor einer Minute gespeichert. Deswegen machen wir heute Schluss. Ich starte das nochmal neu. Und ich hoffe, dass das dann morgen beim nächsten Mal besser funktioniert. Denn das Umgebungsgeflagge ist nicht meins. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.